Thomas Müller verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2023. Dies gab der deutsche Rekordmeister offiziell bekannt. Der 30-jährige spielte seit seiner Jugend beim FC Bayern und gewann zahlreiche nationale wie internationale Titel. Einen seiner größten Erfolge feierte der Offensivspieler im Jahr 2013, als er mit dem FC Bayern das Triple holte. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 wäre im Juni 2021 ausgelaufen.